So, los geht's. Erste Runde. Wer keinen Sitzplatz bekommt, der schreitet aus. Eins, zwei, drei, vier. Drauf sitzen. Und wer nicht sitzt, der ist draußen aus dem Spiel. Und der Rest kommt wieder rüber zu mir. So, die vier kommen wieder rüber. Los geht's. So, Platz nehmen. Auf den Würfel. Da hinten wird's knapp. Da war eine Dame zuerst. Wer sitzt? Der, der wirklich sitzt, der bleibt in der Runde. So, dann sind wir frei im Spiel, da rüber. Los geht's. So, wo sind die Würfel? Uh, da einmal drauf. Wo ist der zweite Würfel? Oh, beide da hinten. Okay, dann kommen wir zum großen Finale.